Hereinspaziert bei your Rambo Moves, eurem Schach-Erlebnis-Kanal. Heute erleben wir gemeinsam Springergabeln. Immer eine total aufregende Sache natürlich. Und ich habe für euch schöne und vor allen Dingen auch nützliche Springergabeln zusammengesucht. Motive, die man sich merken kann und sollte. Und ich mache mir zwischendurch auch Gedanken zu dem Thema, warum kann man bei Springergabeln nicht sagen, kennst du eine, kennst du alle. Viel Spaß beim Video. Einsteigen in unseren bunten Reigen der Springergabeln möchte ich mit einer Partie mal wieder von Tigran Petrosyan, dem neunten Schachweltmeister der Schachgeschichte. Er spielt hier in einer Partie gegen Simagin und zwar 1956. Er hat weiß und er hat zwei Figuren gegen den Turm, beziehungsweise gegen Turm und Bauer. Nachteil von Schwarz ist, dass sein König hier sehr offen steht. Und den hat auch gerade Tigran Petrosyan ins Schach gesetzt. Und jetzt ist die Frage, wie Schwarz reagiert. Schwarz könnte theoretisch Turm G7 spielen, sieht wie der normale Zug aus, scheitert aber an D7. Wenn man jetzt die Dame nimmt, gibt es erstmal eine neue Dame mit Zwischenschach und danach fällt der Turm und dann hat weiß auf einmal zwei Figuren mehr. Das reicht dann. Also Turm G7 funktioniert nicht. König H8 ist auch nicht optimal. Lassen wir jetzt aber weg. Wir spielen mal das, was er gespielt hat. König F8. König F8 sieht normal aus. König ins Zentrum. Der Turm steht als Beschützer davor. Jetzt kam ein normaler Zug. Und ich sage normal, weil Turm G7 nicht funktioniert. Dann gäbe es hier auf A8 ein Mat. Der Turm würde dem König unglücklich das letzte Feld nehmen. Und hier ist der Springer drauf. Und hier ist der Bauer drauf. Mit anderen Worten, wir haben so eine Art Grundreihenmatt, weil der König nicht auf die zweite Reihe flüchten kann. Also Turm G7 geht nicht. Und jetzt hat sich Simagin gedacht, dann nehme ich mir einfach diesen Bauern. Der stört und der heimliche Hintergedanke war, wenn weiß jetzt hier zugreift, nimmt Schwarz nicht etwa wieder und verliert einfach mit Figur weniger, sondern dann hat er dieses Dauerschach. Sehr ärgerlich. Das hätte Petrosian gefuchst. Aber er ist natürlich auch nicht umsonst Petrosian. Er hat das gesehen. Jetzt ist wie gesagt Dauerschach. Ihr könnt das gerne überprüfen. Hier passiert nichts. Und wenn der Läufer hier hingeht, dann geht man mit der Dame hier hin. Also dieses Hin und Her, das kennt man. Das ist ein Dauerschach und bleibt eins. Deswegen konnte Petrosian nicht auf F7 nehmen. Hat er auch nicht getan. Er hat in dieser Stellung aber eine Kombination abgeschossen, die witzigerweise noch nicht mal Schachfreund Stockfish zu diesem Zeitpunkt auswirft. Je nachdem, wie lange man ihn rechnen lässt. Aber nicht auf Anhieb. Und er sieht die Kombination erst ein, zwei Züge später. Also der erste Zug ist Dame A8 Schach. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. G7 und E7. E7 ist nicht passiert in der Partie. Wir gucken es uns kurz an. Dame schlägt A7. König geht vielleicht nach F6. Und jetzt gibt es erstmal eine Springergabel. Das ist jetzt unsere erste Gabel. Nicht die, um die es in diesem Beispiel zentral geht. Aber es ist schon mal eine Springergabel. Und jetzt gibt man irgendwann die Dame gegen den Turm und holt sich danach die schwarze Dame und hat dann zwei Figuren mehr. Die Details machen wir jetzt nicht. Ist nicht so wichtig. Der Zug, der in der Partie geschah, war König G7. Und jetzt kommt diese Kombination. Und zu diesem Zeitpunkt sieht Stockfish das natürlich auch. Läufer schlägt E5 Schach. Ein schöner, neugierig machender Auftakt. König und Dame sind angegriffen. Schach Dame. Eine Läufergabel, wenn man so will. Die Dame nimmt. Einzig sinnvolle Zug. Jetzt kommt der Kracher. Dame H8 Schach. Spießt die Dame auf. Das heißt, der König kann nicht einfach nach G6 entkommen. Er nimmt die Dame. Das passierte auch noch in der Partie. Aber jetzt kommt die alles entscheidende Springergabel. Und hier hat dann Simagin aufgegeben. Mit Recht. Mit dem Springer weniger ist überhaupt nichts mehr zu wollen. Die Dame fällt natürlich. Und als nächstes fällt der Bauer. Und das funktioniert nicht mehr für Schwarz. Okay, das war Petrosian zum Auftakt. Eine Springergabel von langer Hand vorbereitet. Weiter geht's mit einer kleinen Aufgabe für euch, wenn ihr denn wollt. Ich habe eine Sache aus dem Leachess Taktik Trainer. Und ihr seht, die Stellung ist recht wüst. Weiß hat fünf Springer. Das heißt, drei von seinen Bauern haben sich schon umgewandelt und sind zu Springern geworden. Schwarz hat vier Springer. Nein, das ist alles Quatsch. Diese Springer habe ich natürlich extra reingestellt, um es ein bisschen unübersichtlicher zu machen für euch. Und damit wollte ich eben nur verschleiern, wer der wichtige Springer ist in diesem Spiel. Ihr sollt jetzt gucken, ob ihr die richtige Springergabel findet. Viel Spaß dabei. Klickt auf den Pauseknopf am Handy oder am PC oder am Toaster. Je nachdem, womit ihr gerade zuguckt. Und seid dann in wenigen Sekunden wieder mit dabei. Und jetzt sind hoffentlich alle wieder am Start. Die richtige Gabel ist nicht Springer D7. Sieht schön aus. Gabelt zwei Türme auf. Ist aber nicht entscheidend. Wenn das passierte, würde Schwarz einfach auf F2 den Springer nehmen. Hier droht ein Matt. Und Schwarz kommt bei dem ganzen Abtausch positiv raus. Deswegen ist Springer D7 nicht der richtige Zug. Der richtige Zug ist Springer E6 Schach. Ein Familienschach, wie man sagt im Deutschen. Greift nicht nur den König, sondern auch zwei Figuren an. Und zwar die zwei Schwerfiguren. Zwei von drei Schwerfiguren hier. Also ein Wahnsinnszug, wenn man ihn denn spielen kann. Hier kann man ihn spielen, weil der schwarze Turm gefesselt ist. Ich mache das mal mit einer anderen Farbe. Dann haben wir hier wieder ein bisschen das Gefühl von Instruktionen. Also der Turm ist gefesselt mit dieser blutroten Pfeillinie. Und der Springer kann deswegen das Feld E6 betreten und diese Gabel ausführen. Leichte Aufgabe, kleine Aufgabe. Deswegen habe ich sie mit den vielen überflüssigen Springern angereichert. Wir kommen jetzt zu einer richtigen Partie und zwar von Alireza Firuja, dem Superstar der letzten anderthalb bis zwei Jahre. Und er hat hier bei der Schnellschach-WM 2019 gegen Ernesto in Arkiev gespielt. Und die Stellung ist plus minus ausgeglichen. Er spielte jetzt als weißer Dame H3. Mit der scheinbaren Drohung hier auf H6 zu nehmen. Schachfreund Stockfish sagt wieder mal, das ist gar nicht so schlimm. Man sollte einfach Springer E6 spielen und nach Läufer H6 mit F5 fortsetzen. Danach kommt irgendwie Turm C7. Und Schwarz steht okay, trotz des Minusbauern. Weiß hat hier die Schwäche auf C3. Und Schwarz ist plus minus 0, also ist nicht im Hintertreffen. Aber als Mensch will man natürlich nicht gerne so einen Bauern abgeben. Nach Dame H3 hat deshalb der in Arkiev diesen Zug gemacht. Dame E6. Einfacher Gedanke, wenn Läufer schlägt H6 käme, würde man die Damen tauschen. Das ist die Verteidigerin des Läufers. Und dann könnte man hier nehmen. Dame E6 war ein Fehler. Denn man muss natürlich nicht hier auf H6 nehmen, sondern man hat einen super Zug, den ihr jetzt gucken und suchen dürft. Und dann zeige ich ihn auch schon. Springer D6. Der Punkt ist der, wenn man den Springer nimmt, dann ist dieser Turm ungeschützt. Vor zwei Zügen. Hier war er noch geschützt durch die Dame. Und auf E6 ist er natürlich auch nicht angegriffen, da die Dame dazwischen steht. Aber Springer D6 gewinnt tatsächlich die Qualität. Und wenn man die Damen tauscht, naja, dann ist der Springer auch nicht mehr angegriffen. Dann steht er da einfach und hat eine ganz normale Gabel ausgeführt. In der Partie hat in Arkiev den besten Zug gemacht auf Springer D6. Er hat Turm C3 gespielt, also noch einen Bauern gekriegt für seinen Turm. Und diese Stellung ist aber total gewonnen. Alireza Firuja hat dann Turm A8 gespielt. Und den Rest der Partie müssen wir uns nicht angucken. Jetzt kommt der Schluss einer Studie, die ich selbst gemacht habe. Und die beginnt hier. Und das ist aber auch der Schluss der Studie. Das ist das Tolle. Weiß zieht und gewinnt. Und es gibt noch einen Weg. Ich zeige ihn direkt. Turm schlägt F5. Schach. So, jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich zeige die Hauptvariante. König F5. Jetzt geht es weiter mit einer Bauerngabel. Greift Dame und König an. Und jetzt, egal wie Schwarz nimmt, gibt es eine Springergabel. Zack. Springergabel. Und die andere Seite ist Springergabel. Das ist die Hauptvariante. Und dieses Motiv mit erst Bauerngabel, dann Springergabel habe ich nicht erfunden. Das gibt es in vielen Studien. Ich war nur zu faul, eine rauszusuchen. Habe schnell selber eine gemacht, die keinen Anspruch auf besondere Originalität erhebt. Aber die einfach jetzt hier zum Illustrieren gut taugt. Die Möglichkeit, den Turm nicht wegzunehmen, führt leider für Schwarz auch nicht zu größerem Erfolg. Wenn er nach G4 geht, gibt es direkt eine Gabel. Und dann kann man zwar jetzt den Turm nehmen, aber die Dame ist ja trotzdem weg. Wenn er zurückweicht, sagen wir mal nach H6, kommt Turm B6 Schach. König geht weiter zurück. Turm H5 Schach. König geht nach G8. Na ja, und jetzt gibt es eine Gabel. Angeblich wird er auch matt in 3, 4, 5 Zügen, aber man kann einfach die Dame wegnehmen. Aus praktischer Sicht ist das ja völlig ausreichend. Deswegen, das gibt also nichts. Und ja gut, wo könnte man noch hingehen? Auf Turm H5 Schach könnte man auch nach G6 gehen. Aber gleiche Sache. Turm B6 Schach. Wenn man jetzt nimmt, hat man wieder das, was wir eben schon hatten, die Originalidee. Und wenn man zurückweicht, ja gut, dann kommen wir in dieselbe Sache wie eben. Turm H5 und so weiter und so weiter. Und jetzt kommt, was ich die Theorie in meinem Video nennen will. Zunächst mal, was ist die Gabel, die die meisten als erstes kennenlernen, wenn sie Schach spielen lernen? Bei mir war es zumindest diese Gabel. Springer schlägt C7, greift den König und greift den Turm an. Jetzt ist es aber so, dass nicht jede Gabel gleich ist. Die sehen alle anders aus. Und zum Kapieren, was ich damit meine, habe ich mal das Springerrad aufgebaut, um zu zeigen, dass wenn man jetzt sagt, es ist ein Schach, Familienschach mit vier Damen und drei Türmen angegriffen. Jede dieser Damen steht in einem anderen Winkel zum König. Worauf es mir ankommt ist, um jetzt in einer Partie oder auch im Taktiktrainer eine Gabel zu entdecken, muss man praktisch diese Konstellation mal gesehen haben, oft genug gesehen haben. Dann muss man diese Konstellation mal gesehen haben, ein ganz anderer Winkel und so weiter. Es gibt sieben verschiedene Springergabeln von der Geometrie. Hier ist jetzt eine Lasker-Restgestellung und ihr fragt euch Springergabel, hier ist überhaupt kein Springer. Habt ihr recht, natürlich, hier ist überhaupt kein Springer. Aber ihr seht diesen verdächtigen Bauern auf B7, der gleich Springer werden wird. Ich verrate schon ein bisschen was. Kleiner Spoiler. Es geht los mit Turm C8 Schach. Der Bauer ist durch den Läufer hier geschützt, kann also nicht genommen werden. Einziger Zug ist Turm C8. Und jetzt, wenn man einfach wieder nimmt und sich eine Dame macht, gut, dann liegt man hier hinten und die Partie geht höchstwahrscheinlich für schwarz aus. Also mit ziemlicher Sicherheit. Aber man nimmt nicht wieder. Man spielt noch einen Zwischenzug. Dame schlägt A7 Schach. Sehr schön. Wenn jetzt der König hier rausgeht, ist es schnell vorbei. Jetzt holt man sich eine Dame. Wenn die genommen wird, kriegt man die andere Dame. Partie so gut wie vorbei. Und deswegen nimmt der König das an, das Danaer Geschenk. Und jetzt kommt der Springer ins Spiel. Und jetzt haben wir diese Gabel von hinten, von der ich eben so andeutungsweise sprach. Und die Dame fällt. Am Schluss bleibt weiß mit Springer und Läufer übrig. Kommen wir nun zu einer Partie, die wirklich gespielt worden ist. Gerhard Lawson ist der Weißspieler. Und Miroslav Philipp, den kennt man, der hat mit schwarz gespielt. Lawson hat jetzt hier auf C5 den Bauern genommen. Und das sieht okay aus, ist aber nicht unbedingt der beste Zug. Es kam F5, greift den Springer an, der seinerseits ja den Turm verteidigt. Wenn der Springer einfach wegzöge, ist der weiße Turm weg. Zunächst mal hat weiß hier getauscht. Und jetzt immer noch nicht weggezogen, wäre ja immer noch ein grober Fehler. Er hat jetzt leider nicht E3 gezogen. Das wäre der beste Zug gewesen. Sondern er hat zunächst mal hier auf C8 getauscht. An dieser Stelle hat er E3 gezogen. Und der folgende Zug ist ihm wahrscheinlich einfach durchgegangen. Den dürfte er übersehen haben. Der hat die Partie vorentschieden. Und Turm C1. Sehr schöner Zug. Die Dame hat keine Luft. Es ging dann so weiter. Der Turm wurde genommen. Springer E2 Schach. Und ab hier ging das dann ganz leicht. Den Rest ersparen wir uns. Er hat das umgesetzt. Nun zu einem ähnlichen Beispiel, das noch viel schöner ist. Mit schwarz Juri Averbach. Lebende Legende. Das war seinerzeit der Carsten Müller unserer Tage. Und mit weiß bängt Erik Horberg. Averbach hatte auf den Zug Springer E4, der gerade passiert war, hat hier einmal getauscht. Ganz furchtlos. Dame E4 kam. Jetzt drohte auf H7 Matt. Das hat der Averbach in Kauf genommen. Beziehungsweise wohl weißlich provoziert fast. Er hat jetzt F5 gespielt. Die Mattdrohung unterbunden. Nun hat zunächst mal der Horberg hier zwischen getauscht. Dame E7. Und ist mit seiner Dame nach E1 gegangen. Jetzt steht schwarz schon besser, wie er mit dem folgenden Zug direkt beweist. Springer E4 greift hier auf G2 an. Und das ist alles sehr unangenehm. Wenn G3 kommt, geht schon Springer H3 wahrscheinlich mit F4 hinterher. Und ja, das könnte übel enden. Einziger Zug scheint F3 zu sein. Den hat dann der Horberg auch gemacht. Jetzt kam Dame G5. Droht relativ unverblümt ein Matt hier auf G2. Und jetzt kam schon der Verlustzug. Turm D2. Und der sieht so unschuldig aus, so normal. Deckt G2. Und es scheint irgendwie keine echten Schwächen im Lager zu geben. Jetzt hat Averbach einen sehr schönen Zug gefunden. Und den will ich euch nicht vorenthalten. Turm C1. Gut. Gewinnt entweder direkt die Dame. Wenn die Dame wegnimmt. Achso. Turm D1 selbstverständlich scheitert hier an Dame G2 Matt. Wenn die Dame wegnimmt. Und so kam es auch. Kommt Springer E2 Schach. Eine Gabel. Und so ähnlich wie im allerersten Beispiel ist der Turm gefesselt. Diesmal ist er nicht an den König gefesselt, sondern an die Dame, die dahinter steht. Jetzt hat der Horberg trotzdem weggenommen. Nach Dame C1 Schach dauert es nicht mehr lange. Jetzt noch eine kleine Warnung, bevor wir zu den zwei Schlussbeispielen kommen. Hier ist eine Stellung aufgebaut, wo impulsiv man Springer schlägt C2 Schach spielen könnte. Und der Zug gewinnt auch. Beziehungsweise der gewinnt so viel Material, dass die Partie danach für schwarz gewonnen werden müsste. Man kriegt einen Bauern und die Qualität. Das ist eigentlich schon riesig. Aber das ist jetzt mal wieder so ein Beispiel für den alten Spruch, die alte Weisheit von Emanuel Lasker. Wenn du einen guten Zug siehst, such nach einem noch besseren. Und hier ist es wirklich besser, mit dem Läufer zu nehmen. Denn das gewinnt nicht die Qualität, das gewinnt die Dame. Wenn Weiß jetzt Atempo Dame C1 spielt, dann gewinnt es nicht nur die Dame, sondern sogar den König. Es sieht zwar aus wie eine Gabel auf Dame und König, aber es ist direkt matt. Es gibt manchmal Besseres als die Gabel. Sollte man also die Augen für offen halten. Es macht Spaß, eine Gabel auszuführen. Es macht noch mehr Spaß, die Gabel vorzubereiten oder Hinlenkungsopfer zu spielen, um die Gabel möglich zu machen. Aber manchmal ist die Gabel nur der zweitbeste Zug. Seid also auch dafür offen, dass ihr eine schöne Gabel verwerft für einen noch schöneren, noch stärkeren Zug. Jetzt kommen wir zu José Raúl Cabablanca, einer der größten Spieler, der jemals gelebt hat. In dieser Partie steht er leicht minimal besser. Der Springer auf F5 macht ein bisschen guten Eindruck. Aber es ist noch nicht viel passiert. Es kam Turm AD1 von Capablanca. Der Herr Vonorov hat den Bauern verteidigt. Er ist zweimal angegriffen und zweimal verteidigt. jetzt. Und Capablanca hat jetzt ganz Nonte Schlaff Tante hier reingekloppt. Turm D6, Läufer E5. Qualität für einen Bauern, aber es geht noch weiter. Turm D1 droht ein Matt hier und deswegen kann Weiß die Dame nicht nehmen. Ups, sagen wir mal die Dame kann er nicht nehmen. Capablanca hat hier weggenommen. Jetzt kam Läufer E5 und jetzt hat der taktisch auch super gute Capablanca, hat die Partie entschieden mit drei Zügen. Der erste Zug war Springer H6 Schach. Springer kann nicht genommen werden, weil der Bauer gefesselt ist. Also gibt es nur einen Zug, König H8. Und jetzt kam das wunderschöne Damenopfer Dame schlägt E5. Springer kann nicht genommen werden, abgesehen davon, dass die schwarze Dame hängt, ist der Bauer auch wieder gefesselt. Naja, und was in der Partie passierte, weil Dame schlägt E5. Aber jetzt geht die schöne Springergabel. Springer F7. Wenn Schwarz nimmt, ist er auf der Grundreihe Matt in zwei Zügen. Turm D8 und muss noch was dazwischen stellen, ist aber vorbei. Und wenn er nicht nimmt, dann ist es einfach König G8 und Springer und zwei Bauern weniger. Kann man gegen Capablanca nicht mehr schaffen. Ich glaube, selbst Stockfish würde gegen Capablanca hier nichts mehr reißen. Und jetzt kommen wir zur letzten Partie und da tauchen zwei Weltmeister drin auf. Und einen davon kennt ihr schon gut, nämlich Tigran Petrosian mit weiß. Er spielte hier gegen Boris Spassky in der Weltmeisterschaft 1966. Also zehn Jahre später nach der Partie, die ich eben euch zeigte, am Anfang. Und das ist ein ganz schöner Anfang und Ende fürs Video. Beides mal Petrosian. Und jetzt dürft ihr dreimal raten, vielleicht auch nur einmal, wie hat Petrosian jetzt mit dem nächsten Zug die Partie beendet? Genau. Genauso wie zehn Jahre zuvor. Mit anderen Worten, Spassky hatte seine Hausaufgabe nicht gemacht. Dame H8 kam und Spassky hat natürlich aufgegeben. Denn nach König H8, einziger Zug, kommt Springer F7, die Gabel. Im nächsten Zug ist die Dame weg. Und dann bleibt am Schluss Schwarz mit einem Springer und einem Bauern weniger übrig. Gut, das ist natürlich verloren und auf dem Niveau sowieso. Plus sein Springer steht auf A5. Aber das ist jetzt nur ein Quatsch am Rande. Soweit für heute mit den Springer Gabeln. Es gibt natürlich noch 84.512 mehr und die kommen im nächsten Video alle. Aber jetzt zum Schluss des Videos noch mal die Hausaufgabe weise ich ja immer gern darauf hin. Dahinten ist eine Stellung, die ist ein bisschen komplizierter. Aber Springer Gabeln und zwar zwei verschiedene spielen da auch eine entscheidende Rolle. Wenn es euch gefallen hat, das Video, dann klickt den Abo-Knopf. Abonniert den Kanal. Das ist auf YouTube, wie ihr hoffentlich wisst, kostenlos. Das heißt, es geht wirklich nur um den Klick. Dann seid ihr ab jetzt immer dabei bei der großen Jorambo Moves Familie. Könnt immer zeitnah erfahren, wenn hier das nächste Video aus der Pipeline in die Produktion und dann auf den Boden der Tatsachen gefallen ist. Würde mich echt freuen, wenn ihr das auch weiter sagt. Denn je mehr Leute dabei sind, desto einfacher wird es für mich. Liked das Video mit den Daumen nach oben. Klick. Wichtiger ist, dass ihr abonniert. Wenn ihr nur einen Klick ausgeben wollt, dann klickt den Abo-Knopf. Das wäre mir viel wichtiger. Ansonsten freue ich mich, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen und werde schöne weitere Sachen für euch vorbereiten und in den Äther pusten. Danke fürs Mitmachen. Kommt gut nach Hause. Esst gesund. Das ist ganz wichtig. Ernährung. Immer auf die Ernährung achten. Schönen Abend noch. Bis bald. Auf Wiedersehen. Bis bald.